Hi, willkommen zurück zu Grim Fandango Remastered. Ja, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt geht's weiter. Haben Sie einen Termin? Ich gehe da jetzt rein, um Domino meine Forderungen zu stellen. Ich glaube nicht, dass du die Hierarchie hier richtig verstanden hast. Hooksy und Bibi arbeiten für dich. Du und ich arbeiten für Domino. Und der arbeitet für Hector Le Mans, den Verbrecherkönig von El Maro. Nun, dann wird es Zeit, die Dienststelle ein wenig umzustrukturieren. Oh, ja. Hi. Er scheint sich überhaupt nicht im Klaren darüber zu sein, wie kurz ich davor stehe zu fliehen. Hi. Domino. Domino. Machst du schon Frühstückspause, Calavera? Wir haben eine Rechnung zu begleichen, Esse. Weißt du, wenn ich mit meinem Boss Hector so reden würde. Du hast meinen besten Freund getötet. Den Dämonen? Ach, Manny. Du kannst Dämonen als Fahrer benutzen, sie als Briefträger losschicken oder dir von ihnen Essen servieren lassen. Aber du darfst sie nie als Freund betrachten. Das ist einfach abartig. Was machst du denn hier am Ende der Welt? Oh, das frage ich mich auch jeden Tag. Aber ich werde dich ausbilden, Manny, damit du an meiner Stelle diese unterbelichtete Glühbirnenfabrik leiten kannst. Glühbirnenfabrik? Ach, deshalb hatte er diese Koralle bei sich im Büro. Wie kannst du nur kleine Kinder in Käfige sperren? Glaub mir, es ist einfacher als große Kinder in Käfige zu sperren. Das glaube ich. Warum spriehst du mich nicht einfach nieder, wie du es in Puerto Zapato versucht hast? Das war nicht ich, das war Hector. Er ist so fantasielos, will immer nur alles auf die Schnelle regeln, verstehst du? Ich dagegen bin sicher, dass wir dich durch ehrliche Arbeit resozialisieren können. Wie kommst du auf die Idee, dass ich für dich arbeiten werde? Nun, außer Arbeiten gibt es nicht viel, was man auf dieser Insel machen kann, glaub's mir. Und überleg mal, wenn ich erstmal weg bin, dann bist du mit Matche ganz allein auf dieser einsamen Insel. Sag mir nicht, dass diese Aussicht nicht ihren Reiz hätte. Ich habe nicht vor, lange auf dieser Insel zu bleiben. Manny, ich habe die Waffen, die Transportmittel und den Grips. Was willst du denn machen? Äh, ich würde mich ausziehen. Hector und du, ihr habt eine geheime Basis eingerichtet, um auf ihr Glühbirnen zu produzieren? Ach nein, das ist bloß ein positiver Nebeneffekt. Im Grunde genommen brauchten wir nur einen Ort, an dem wir meine alten Klienten einsperren können. Man kann ja schlecht gute Menschen unkontrolliert im Reich der Toten herumirren lassen. Die bringen es fertig und erzählen jedem, wie wir ihnen ihr Doppel-End-Ticket geklaut haben, nicht wahr? Du hast all diesen Leuten die Fahrkarten gestohlen? Okay, wie viel davon hast du noch immer nicht kapiert, Calavera? Copal spielt mir alle guten Kunden zu, nachdem er ihre Tickets in einen geheimen Fonds transferiert hat. Ich verwische die Spuren im Papierkram und dann sorgen wir dafür, dass die Täubchen bei der Perle über Bord springen. Okay, na gut. Ich wusste es. Du hast wirklich immer nur die besten Kunden bekommen. Ich habe alle bis auf Mercedes bearbeitet, die du ja in diesem lächerlichen Wagen entführt hast. Den habe ich übrigens das letzte Mal bei meinem Besuch in Rubacava gesehen. Ich weiß nicht, Manny. Solche Flitzer können so gefährlich sein. Also war es nicht meine Schuld, dass Magic kein Ticket bekam? Du hast es geklaut! Nun, aber es war deine Schuld, dass sie im Wald und nicht direkt hier gelandet ist. Aber darum habe ich mich ja gekümmert. Du bist so ein herzensguter Mensch. Ich werde Metsche aus diesem Kerker befreien. Manny, bevor ich sie fand, hat sie deinetwegen ein Jahr allein im versteinerten Wald verbracht. Da ist es in meinem, äh, Kerker hier vergleichsweise komfortabel, findest du nicht? Ein Ticket für dich? Eins für Hector. Wie viele brauchst du noch? Oh, Manny, wir konsumieren doch nicht unser eigenes Produkt. Wir verkaufen die Karten an unglückliche Seelen, die kein moralisches Leben führen konnten, weil sie das unsägliche Pech hatten, reich geboren zu werden. Aber ihr könntet euch doch mit den ganzen Tickets ohne weiteres absetzen. Warum sollten wir? Wir haben einen Weg gefunden, das Totenreich lebenswert zu machen. Und jetzt der beste Abschluss für so ein Gespräch. Nette Insel hast du hier. Die Vorbesitzer wussten gar nicht, was für ein Juwel sie hier hatten. Haben sie für ein Ablondenei verkauft. Sie ernteten die Korallen ab, die mit dem Kran erreichbar waren und gaben die Anlage auf. Wir jedoch hatten das Zeug dazu, es bis zum großen Riff zu schaffen. Versuchst du mir schon wieder deinen Vortrag über erfolgreiches Management zu halten? Nein, über Sklavenarbeit, Manny. Das ist der wahre Schlüssel zum Erfolg. Ich versuch dann mal weiter zu fliehen. Ja, mach das, mein Kleiner. Na gut, dieses Gespräch war jetzt nicht wirklich erquickend. Aber wir haben jetzt noch ein paar Sachen, die wir machen können. Hey, was die Waffe... Nein, ich will jetzt nicht nochmal über die Waffe reden. Ich wollte eigentlich über... ...Domino reden, aber das ist ja scheinbar nicht möglich. Gut, gehen wir nochmal nach unten. Und besorgen uns einen Ballermann. Wenn sie so darauf abfährt... ...She wants the bee. Äh, was? Hallo? Na, du kleiner Kretin? Hör auf zu pfeifen. Chipito! Ah, lass das Geschrei! Wie bist du denn an einen Alleszerkündler gekommen? Ich habe gute Beziehung. Und ich hatte Beute zum Tauschen? Tauschhandel ist hier draußen am Riff, das Zauberort. Okay. Ich möchte etwas tauschen. Nun, da bist du an der richtigen Stelle, Junge. Was soll's denn sein? Ein Drink. Ha! Wir schwimmen im größten Drink, den es gibt. Drinks sind hier unten leider Mangelware. Tut mir leid. Das mein Freund Glottes lebt. Wieso? Was ist denn passiert? Er ist vom Rand der Welt gefallen. Oh, halt dich von dem Abgrund fern. Der ist gefährlich. Lass es dir gesagt sein. Ich habe da schon ganze Schiffe verschwinden sehen. Ihre Maschinen liefen voller Kraft zurück. Sie versuchten Anker zu werfen, aber die Strömung hat sie mitgerissen. Also, halt dich besser von dort fern. Ein Schiff. Komm mir nicht schon wieder mit Schiffen. Warum kühlst du mich so? Du weißt doch, dass ich sie nicht mag. Ein Handtuch. Hey, du bist wohl ein kleiner Witzball. Was, Kaltschädel? Wie wär's mit einem netten paar Seitenstrümpfen? Ah, das ist ein begehrtes Produkt. Ich könnte dir vielleicht sowas besorgen, aber... Du könntest das gar nicht bezahlen. Äh, sonst fällt mir nichts ein. Wie wär's mit kleineren Dingen? Zum Beispiel einem Messer oder versauten Büchern. Hast du sowas? Hm, nein. Aber sonst praktisch alles. Hm. Hör mal, du willst doch sicher... Oh. Das hatten wir schon. Wir haben ihn auch schon gefragt, wo er die Beute her hat. Aber wir haben ja selber solche Seiten. Mit ein bisschen fahrtlosen Nagellack kann man die ganz schnell reparieren. Hey, Digi. Oh, du schön. Hey, Chappie. Sieh dir mal diese Strümpfe an. Mann, das ist ja reine Seide. Wo hast du die denn? Ich trage sie schon die ganze Zeit. Du auch? Na dann, willkommen im Club. Ah, meine erste Sprechpistole. Ist sie geladen? Nein. Hey, Munition ist schwer zu kriegen. Ah, scheiße. Oh, süße Mary. Kann ich dich ein bisschen damit bedrohen? Hey, du. Das Ding nehme ich nicht zurück. Ich dachte schon, ich werde die Gurke nie los. Hm. Aber wie wäre es, wenn ich unseren Superbösewicht damit ein wenig bedrohe? Oh, süße Mary. Hey, lass mich hier raus. Oder ich puste dir die Gehirnmasse. Äh, hat sie nicht mehr. Ist egal. Bei Munition nützt sie mir wirklich nicht viel. Äh, oder ich, äh, baller dir einen Vorgarten in die Rippen. Hey. 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 Vielleicht springt er ja drauf an. Mal sehen. Ne, Mädchen, ich will dir das nicht geben. Ich will jetzt erstmal nach... Haben Sie einen Termin? Ich geh... Ja, ja, ja. Das hatten wir schon. Hi. Äh, und zwar... Bang. Äh. Bitte leg das weg. Vielen Dank. Gern geschehen. Haben Sie einen Ich-Ich-Hudu nun? Hm. Ich hab noch ne andere Idee, aber ich glaube, dafür komm ich ins Gefängnis. Ist egal. Ich... Das ist ein Videospiel. Hier darf ich machen, was ich will. Hihi. Okay, ihr kleinen Drecksplagen. Wenn ihr jetzt nicht aufhört, hier so... Ne? Na? Ja. Zu einfach. Zu einfach. Zu einfach. Sage mal, Manny. Der ist ja noch böser als ich. Okay. Hi. Hier. Was ist eine Beziehung schon ohne Vertrauen? Stimmt, eine Beziehung ohne Vertrauen ist so nutzlos wie eine Waffe ohne Munition. Du vergisst wohl, dass ein kluges Mädchen stets Ersatzmunition im Hut hat für raue Zeiten. Gehen wir. Mädchen, du weißt nicht was? Ich weiß genau, was ich tue. Beweg dich. Oh Gott. Würdest du dir bitte erst mal meinen Fluchtplan anhören? Gibt es Unstimmigkeiten, Kinder? Du wirst uns sofort gehen lassen oder dein Akai ist erledigt. Ich lass dich ja ungern gehen, Manny, aber... Die Dame hier scheint fest entschlossen zu sein. Ich meine es ernst. Okay. Er arbeitet eh nicht für mich. Aber ich... Dann erschieße ich dich. Tust du nicht? Du bist so lieb, weißt du noch? Bin ich nicht so lieb, bin ich nicht mehr. Du hast es mir abgewöhnt, indem du mich hier eingesperrt hast. Ich werde dich aus deinem billigen Jackett schlagen. Ich werde... Alles in Ordnung. Sie ist manchmal etwas hitzig. Aber für gewöhnlich beruhigt sie sich, wenn man sie über Nacht wegsperrt. Oh ja, das lief gut. Ja, das lief sehr gut nicht. Puh, okay. Weiter geht's. Ein leerer Mülleimer. Und wo hat er sie jetzt hingesperrt? Oh, danke. Hallo. Es muss ein Zahlenschloss sein, aber es sind keine Zahlen darauf. Puxi! Rechts. So. Zurück. Zurück. Nee. Bibi! Wenn Puxi und Bibi haben, die vielleicht eine Ahnung, wie man das hier öffnet? Vielleicht haben die ja den Code. Uhu. Das würde mich ja freuen. Okay. Puxi, Bibi, Notstand. Hola, Angelitos! Hallo, Mr. Bösewicht. Äh. Der Plan hat sich geändert. Metsche ist eingesperrt. Wir gehen ohne sie. Wir können Metsche doch nicht zurücklassen. Flossen. Oh, das ist er. Hey, ihr Kinder habt nicht zufällig eine Knarre? Doch, haben wir. Also, Flossen hoch. Lass mich mal sehen. Er hat gar keine. Er ist ein alter Lügner. Oh ja? Und du bist blöd. Deine Glühbirnen funktionieren nicht. Deine Glühbirnen riechen nach Pups. Ha! Du bist echt nicht komisch. Echt nicht. Ach ja? Dafür ist jeder im Käfig hier schlauer als du. Jeder außer dir. Stimmt. Denn ich bin viel, viel schlauer als du. Davon träumst du doch. In deinem Kinderbett, in das du reingepullert hast. Sei still! Bettnäßer. Ich sagte Schnauze! Nein, wirklich. Ich muss hier unten schon mit einem Schirm schlafen. Na, wenigstens hab ich Metsche nicht gefragt, ob sie mich heiratet. Was? Miss Coloma, Sie sind so hübsch. Wollen Sie mich heiraten? Das hab ich nie gesagt. Oh, Miss Coloma. Bibi, die Pullerprinzessin. Poxi, der Ochse macht noch in die Buchse. Werdet ihr zwei wohl endlich die Klappe halten? Oh, mein Gott. Da wünscht man sich ja seine Knarre zurück. Aber leider hat man nur einen Schuss. Irgendwer! Okay. Wisst ihr was? Ich hab gar keinen Bock mehr. Lass mich raus! Ich hau jetzt hier erstmal richtig einen raus. Bibi! Nächster Bibi. Das ist ein Alles-Zerkrümler. Geil. Okay. Ich bin's, Metsche! Ich will das Rad nicht kaputt machen. Das Rad ist mein Freund. Poxi! Irgendwer! Lass mich raus! Hab wohl eine Leitung getroffen. Hm. Aber dafür hab ich das Innenleben freigelegt. Das ist doch schon mal ein guter erster Schritt. Und mit dem Rest machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann. Tschüss!